Oder? Ne, wir hatten jetzt die beiden Schelf gehabt. Schieber. Ähm, Irinoa hatte die, ne? Genau, Brafas und Diabolos. So, Truppe, Xel, erstmal wieder die aufheizen. So. Dumm, dumm. Du bist schon wieder nicht in meine erste Stelle. Ficken, ey. Ficken. Haha. So. Ich bräuchte einen Speicherpunkt. Ich bräuchte einen Speicherpunkt. Kann ich jetzt hier rüber? Nein, kann ich nicht. Achso. Ja, okay. Dumm, dumm. Habe ich hier viel zu... Oh! Achso! Ah, so ist es gedacht. Okay. Dumm, warum nicht kommt jetzt kein Gegner? Ich habe eben nicht, als würde ich für das zu kämpfen. Vorpunkt. Medica. Weil Medica nicht lagern. Weil wir das schon hundertmal haben. Hehe. Elixiere zweimal. Ja, eine Stütte kaufen. Medica haben wir schon hundertmal. Juhu. Wie kann ich jetzt... Wie kann ich jetzt hier lang? Wie kann ich nicht hier lang? Ähm. Ja. Warum ist vielleicht jetzt ungefallen? Nein. Ja, jetzt kommt doch Gegner. Ja. Was kommt hier für Gegner? Ja. Kann ich jetzt ein Neuer Zauber lernen? Äh. Ne. Ihr schon wieder. Euch kann man doch. Habt ihr vielleicht ein Neuer Zauber? Da ihr jetzt einen höchsten Löffel habt. Ne. Wir sind eine Analyse. Ja. Ich mach das mal schnell. Ja. 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 Was ausprobieren. Auf dich. Mein Lieber. Und du gehst das sehen an. Und du gehst das sehen an. Yeah. Muhahaha. Muhahaha. BAM. BAM. 600 Faden. Wie geil. Wie so geil. Haha. Da. 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 Papierzahlen. Stein mit Zauberkraft. Oh yeah. So. Wohin muss ich denn jetzt hier bitte? Hier gehts mal lang. Aber ich hoffe hier gehts gar nicht lang. Doch. Hier gehts. Ah. Aha. Das war schon nur für den Drawpunkt. Und den haben wir schon. So. Ich könnte eigentlich mal durchheilen. Weil ich hab ja eh. Haufen weiße Hab. Äh. Potions. Und High Potions. Und ich kann dir auch kaufen wie ich will. So. Und so kann man eigentlich Schache sein die nicht eine Gruppe sind. Egal. Das ist ne gut so. Dann. Dann. Ich muss bestimmt jetzt hier. Einen Kampf. Bestimmt Gegner die wir schon kennen oder? Ö. Was. Ist das? What the heck is dead? Ähm. Wie. Chändel Arlo. Ähm. Wo ist meine Analyse? Da ist meine Analyse bitte. Apa und Metica haben wir schon beides. 5000 hp dieses monster im wasser bei kenten greift es mit seinen achtrissigen kreile und vielleicht damit ein best stark gegen aqua das weiß ich dass ich weiß nicht aber ab 5600 711 und blitz habe ich davon ich habe doch schiefer gar nicht ausgerüstet handeln hast du nur du kannst aber mal was du zufällig feuer als da könntest du einsetzen ja toll es blockiert sein was antworten 6 als hp so du hast aber du hast blitz da hast du auch gut das ganze vorbei ist kannst du sie dann wieder mit dem herr hochschrauben die ganze sachen ich mache das erst wenn ich nicht mehr hat die koppelung hat eine koppelung herr davon ab stimmt ja ich glaube ich habe keine korte kriegt mit einem gast die wirklich besucht die 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 feier 15 coach mit der которografie miss im anders als erg安 collar von daher ja genauer dann nehme ich mir schon komisch anfeuert harm gemeinsam und wir schauen nach das 4392 dazienda tun das sind die frauungsform nicht schlecht dass ihr konnte der assimilante ja ich habe gekoppelt stimmt ja gf man konnte gucken was eigentlich alle gerade lernt wie weit ihr seid ach das dauert noch das dauert noch anfeuern dort auch noch der fahrer sind das auch noch was gar kein anfeuern stimmt ja gegner 0 prozent das fängt schlecht das schnell ist aber später erst nein ich wollte ich wollte hier komme ich da zu lang hier lang so muss aus dem jahr oder und da bin ich jetzt zurück was ist als dungeon was ein scheiß dungeon das ist jetzt in schulers weil es wenn das interessiert runter ich muss doch schon die tür im links öffnen ja und ich komme mich jetzt hier noch durch in der aufnahmefasse wir haben es nämlich schon wieder 3 4 8 noch gut heute dieser samstag gegner ist aus wie schatten und das lachen die wochen mit zarten naja geht der nach der schaden schattenkriechern haben alle schon und da an der lüse analyse wo ist an der lüse vor lauter kommen sie schon an lüse nicht mehr oder was du kannst du hast doch an der lüse etwas kann eine lüse dann übersprungen wir dich halt mal und kommen mit der analyse schattenkriechern ein schattenwesen näher es ist jedoch nicht bekannt das heißt dass sander in den todreisen mit dem todreisen gestürmt schwach gegen holy und wirksamen blitz und ich habe kein holy also greife ich mir normal an na gut dum 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 äh blitz bringt ja nichts dum dum miss hm 155 schaden ich wüsste es ja ganz schön ein stärkeres übernommen um 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 die 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 und herzschmerz um um was macht das aus am abschalten bitte erscheint nix wie so aussieß aber ich hab jetzt nur behandeln um das halbieren glaube ich jeden zustand den äh den es gibt und er hat anscheinend keinen tod gezaubert weil ich denke nur dass es tot zaubert und stirbt und das ist bestimmt nervig dum 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 kralle des fluchs christian level der fragezeichen tot cool nein 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 item ähm ordnen stern später war genau 60 und so ich bin jetzt Elektra hast du das schon gelernt eigentlich alles ja hast du krall des fluchs schwarzes loch hast du ja auch schon gelernt das ist so level fragezeichen tot gelernt so sag mal ich hab hier eine karte herbekommen glaube ich kartenhändler und zwar focadubel ach aus dem weiten steht was er erst na gut so status crystals schwarzes spezial für die kleine leseauge level level gegen levels werden getötet ähm komisches zeug und gegner wird ausgelöscht ist nicht immer noch geil aber was ich noch das auch dann wirkt bei gegnern die ich hier geht es gar nicht durch scheiße ähm ja medica kann ich nicht ziehen wo dann muss ich wo dann muss ich wo dann muss ich hm hm ach auf euch habe ich jetzt keine lust und tschüss ich hau ich hau ab hab ich gesagt danke so schaust ähm wofürloggen haben wir durch gewandt eiskalt naja wofürloggen muss ich denn und dann ich keine ahnung wo lang ich muss ich muss ich muss doch bestimmt